Ich habe hier 24 Dreiecke, hier drüben. Was ich in diesem Video machen möchte, ich möchte sie in verschiedene Zahlen von Gruppen teilen. Als erstes möchte ich diese 24 Dreiecke in drei Gruppen einteilen. Und überleg mal, wie viele ich am Ende pro Gruppe habe. Also drei Gruppen, das hier ist die erste gleiche Gruppe, hier drüben, hier oben. Dann habe ich die zweite gleich große Gruppe hier und hier unten habe ich eine dritte gleich große Gruppe. Wenn ich also 24 in drei gleiche Gruppen teile, 1, 2, 3, wie viele sind dann in jeder Gruppe? Das können wir jetzt einfach zählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. In jeder Gruppe habe ich 8. Wir können also sagen, 24 geteilt durch 3 ist gleich 8. Und jetzt denkst du dir, das ist ja eigentlich genauso wie bei der Multiplikation. Da haben wir ja gesagt, wenn ich drei Gruppen von 8 habe, dann kann ich das wie 3 mal 8 sagen und das ergibt ja 24. Wir können also auch schreiben, ich nehme mal die gleiche Farbe hier, also 3 mal, wenn ich also drei Gruppen habe mit je 8 Dreiecken, 3 mal 8, das ergibt genau auch 24. Wir haben also in diesem Video mit 24 angefangen und wollten es in drei gleiche Gruppen einteilen. Dann haben wir 8 in jeder Gruppe oder wir können sagen, 3 gleiche Gruppen von 8 ergibt 24. Es gibt aber noch andere Methoden, um darüber nachzudenken, noch andere Weisen, deswegen lösche ich das hier erstmal wieder raus. Wir könnten es auch so sehen. Im ersten Beispiel habe ich 24 in drei gleiche Gruppen geteilt. Ich kann aber auch schauen, kann ich 24 in Gruppen von je 3 einteilen. Ich kann es also in Gruppen von 3 einteilen. Das hier ist die erste Gruppe von 3, das ist eine Gruppe von 3, das ist eine Gruppe von 3, das ist eine Gruppe von 3. Du siehst schon, worauf das hinausläuft, das ist eine weitere Gruppe. Und denk mal darüber nach, wie viele Gruppen von 3 ich hier habe. Hier ist noch eine Gruppe von 3 und hier rechts unten habe ich noch eine Gruppe mit 3. Wie viele Gruppen mit 3 habe ich insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Gruppen mit je 3 Dreiecken. Also eine andere Weise. 24 geteilt durch 3. Ich kann 24 in Gruppen von je 3 einteilen und am Ende habe ich eben 8 Gruppen. Und ich kann jetzt eben das gleiche, den gleichen Sachverhalt auf verschiedene Weisen ausdrücken, nämlich, ich habe hier 8 Gruppen mit 3 Dreiecken und das ergibt eben auch genauso 24. Egal, ob ich 3 Gruppen von 8 oder 8 Gruppen von 3 habe, jedes Mal kommt am Ende 24 raus. Jetzt machen wir mal die Sachen noch interessanter. Jetzt möchte ich mal, dass du darüber nachdenkst. Also wir haben hier 24 und was ist 24 geteilt durch 12? Mach jetzt mal bitte eine Pause in dem Video und versuch das mal für dich selber herauszufinden, was da rauskommt. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du die Pause gemacht hast und dir überlegt hast, Was ist 24 geteilt durch 12? Also was ist zum Beispiel 24 geteilt in Gruppen von 12? Jetzt machen wir mal eine Gruppe von 12 hier, hier oben. Das ist eine Gruppe von 12 und hier unten habe ich noch eine Gruppe mit 12. Ich habe also in jeder Gruppe habe ich 12 Dreiecke drin. Wie viele Gruppen habe ich insgesamt 2? Also ist 24 geteilt durch 12, gibt 2. Es gibt aber noch einen anderen Weg, wie ich das ausrechnen kann. Lass mich 24 in 12 Gruppen einteilen, statt in Gruppen, die 12 haben. Schaue ich einfach mal, wie viele ich da habe. 1, 2, gleiche Gruppen. Und hier habe ich noch eine Gruppe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt habe ich hier 12 Gruppen. Ich habe jetzt also 24 in 12 gleiche Gruppen eingeteilt. Und kann also 24 geteilt durch 12, kann ich in 12 Gruppen einteilen. Oder ich kann es in Gruppen von 12 einteilen. Und kommt jedes Mal eben das Gleiche raus. Jetzt machen wir die Sache noch interessanter für dich. Jetzt möchte ich, dass du mal darüber nachdenkst, was ist, was ergibt 24 geteilt durch 6. Und ich möchte auch, dass du darüber nachdenkst, was ist 24 geteilt, ich nehme mal die gleiche Farbe hier, geteilt durch 4. Und jetzt möchte ich dich wieder bitten, mal eine Pause einzulegen und dir das erstmal für dich selbst zu überlegen. Fangen wir mal hiermit an. Was ist 24 geteilt durch 6? Wir teilen also 24 in 6 gleiche Gruppen. Wie mache ich das? Das könnte beispielsweise eine gleiche, gleich große Gruppe sein, 2. Und jede, in jeder Gruppe, siehst du ja schon, habe ich 4 und ich habe ja 6 Reihen. Also kann ich hier 6 gleiche Gruppen machen. 4, 5 und das hier unten ist die 6. Gruppe. Wenn ich also 24 in 6 gleiche Gruppen einteile, wie viel habe ich dann in jeder Gruppe? Das ist doch recht klar, oder? Nämlich, ich habe 4 in jeder Gruppe. Und eine andere Weise, wie ich darüber nachdenken kann, wir können auch sagen, was ist 24? Nein, also ich will 24 in Gruppen von 6 einteilen. Das mache ich dann so. Das hier ist die erste Gruppe von 6. Hier links, das ist die zweite Gruppe mit 6. Das ist die nächste Gruppe. Und jetzt siehst du schon, wie viele Gruppen mit 6 ich eben habe. Wir haben nämlich 4 Gruppen. Wir haben 4 Gruppen mit 6 Dreiecken. 4 Gruppen mit 6. Und was ist 24 geteilt durch 4? Wenn ich jetzt 24 durch 4 teile, nehme ich in 4 gleiche Gruppen, dann habe ich genau das gleiche hier. Ich habe nämlich 6. Ich habe in jeder Gruppe habe ich 6 Dreiecke. Also sieh mal, 24 geteilt durch 6 ist 4 und 24 geteilt durch 4 ist gleich 6. Der Grund dafür ist, ich kann das als 4 Gruppen von 6 sehen. Also 4 mal 6. 4 mal 6 ergibt nämlich 24. Oder ich kann genauso sagen, dass 6 mal 4 ist auch 24. 6 mal 4 ergibt 24.